Wie kann man den KfW Capital Award gewinnen? Das bespreche ich gleich hier im Studio mit Jörg Goschin, dem Chef der KfW Capital. Bleiben Sie dran. Ja, herzlich willkommen, Herr Goschin. Was ist der KfW Capital Award und was bedeutet er für die KfW Capital? Der KfW Capital Award ist eine Auszeichnung für besondere Investorinnen und Investoren. Und zwar haben wir zwei Kategorien, die wir vergeben. Das ist einmal der Best Female Investor Award und der Best Impact Investor Award. Wir vergeben diesen Award, weil beide Kategorien, also sowohl das Thema Diversity als auch das Thema Impact, sind im VCO-Ökosystem noch unterrepräsentiert. Und wir wollen mit diesem Award die besten Investorinnen und Investoren prämieren, darauf aufmerksam machen. Deswegen vergeben wir den Award. Was muss die Gewinnerin des Best Female Awards mitbringen? Welche Kriterien gibt es da? Wir haben eine hervorragende Jury zusammengestellt für beide Kategorien, also für den Best Female Investor Award als auch für den Best Impact Investor Award. Wir haben einen Leitfaden auch für die Bewerbung erarbeitet. Dieser Leitfaden beinhaltet Fragen zu wichtigen Investments, Vorzeigeinvestments, die die Kandidatinnen gemacht haben, als auch zum geografischen Fokus. Besonders wichtig ist natürlich, dass Investments in Deutschland erfolgen und auch natürlich Fragen zum persönlichen Werdegang sind besonders wichtig. Bei den Bewerbungen haben die Bewerbenden viel Spielraum, ihre Qualifikationen darzulegen. Aber eine Eigenschaft ist natürlich unabdingbar. Es müssen Frauen sein. Ja und dann gibt es noch den Best Impact Investor Award. Was gelten da für Kriterien? Die Bewerberinnen und Bewerber bei dem Best Impact Investor müssen zeigen, dass Impact ein integraler Bestandteil ihrer Investmentstrategie ist. Impact kann nicht nur im ökologischen Bereich sein. Impact kann auch im sozialen, also im gesellschaftlichen Umfeld sein. Aber es muss auf alle Fälle fest in der Investmentstrategie verankert sein. Und die Kandidatinnen und Kandidaten müssen hier entsprechend über Vorzeigeinvestments verfügen. Das ist das wesentliche Kriterium. Informationen zum Bewerbungsprozess sind auf unserer Webseite www.kf.de-capital.de Die Bewerbungen können hier bis zum 1. Juli eingereicht werden. Und wir freuen uns natürlich auf viele Bewerbungen. Und was auch ganz wichtig ist, wir nehmen auch Empfehlungen an. Ja, vielen Dank, Jörg Gorshin. Und ich bin gespannt auf die Gewinnerinnen und Gewinner. Ja, vielen Dank, Jörg Gorshin. Und ich bin gespannt auf die Gewinnerinnen und Gewinner.